Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Die allgemeine Stimmung an den Finanzmärkten hat sich jetzt wieder verbessert, Anleger sind also scheinbar wieder risikobereiter und wir schauen uns jetzt mal die Charts an, verschiedene Indizes, Euro, Dollar und Bitcoin und bevor es losgeht, gibt es wie immer den obligatorischen Risiken wahr ist. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche und es geht direkt rüber in die X-Station. Wir fangen mit dem S&P 500 an und gehen mal runter in den 4-Stunden-Chart. Wir schauen uns die EMAs an, einmal EMA mit 21 Perioden in Blau und mit 50 Perioden in Rot. Es gab ein Crossover und jetzt eben auch höhere Hochs und höhere Tiefs oberhalb der gleitenden Durchschnitte. Im Tageschart sehen wir, dass der Rücksetzer vom Dienstag als Kaufgelegenheit genutzt wurde. Gestern eine schöne bullische Kerze und jetzt läuft der Index möglicherweise in das März hoch rein. Ein Ausbruch nach oben könnte Aufwärtspotenzial freisetzen und zwar in Richtung Jahreshoch und vielleicht auch in Richtung Augusthoch. Der Nesdaq 100 befindet sich jetzt rein technisch gesehen wieder in einem Bullenmarkt. Gegenüber dem Oktobertief sehen wir ein Plus von deutlich über 20 Prozent und hier gibt es möglicherweise den Versuch nochmals nach oben auszubrechen. Oberhalb von 12.947 Punkten in der Vorwoche war das ja nicht erfolgreich gewesen. Der DAX beringert seinen Abstand zum Jahreshoch auf knapp ein Prozent. Also auch hier könnte es eine weitere Annäherung geben Euro-Dollar. Hier haben wir im 4-Stunden-Chart ebenfalls ein klar bullisches Umfeld. Höhere Hochs und höhere Tiefs und im Tageschart sehen wir, dass die kurzfristige Aufwärtsbewegung unterbrochen wurde. Gestern mit einem Doji. Das ändert aber nichts an der übergeordneten Trendrichtung und das bedeutet die wichtigen Ziele auf der Oberseite. Einmal die 1.0929 und dann sind wir oben beim Jahreshoch bei 1.1033. Bitcoin. Auch hier vielleicht nochmal die kurzfristige Perspektive. Crossover und jetzt höhere Hochs und höhere Tiefs. Es gab heute den Versuch nach oben auszubrechen. Der erste Versuch ist erstmal gescheitert, aber auch hier nur ein leichter Rücksetzer und es ist davon auszugehen, dass es dann im Laufe des Tages oder im Laufe der Woche nochmals einen zweiten Ausbruchsversuch geben könnte. Ein Ausbruch würde bedeuten, dass es Aufwärtspotenzial gibt und zwar in Richtung 32.000 Dollar. Das wäre zumindest rein technisch gesehen die nächste wichtige Anlaufstelle. Lasst gerne einen Daumen da. Das war's für heute. Mehr Hintergrundinformationen gibt es natürlich wie immer in meinem Video von heute Morgen und ja den Link finden Sie wie immer unten in der Beschreibung. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal.